Dell, glaubst du, das funktioniert? Vielleicht. Ich meine, die Core-Technologie von damals wurde für die Ewigkeit gebaut. Alles klar. Suchen wir die Kontrollstation und starten das Ding. Kontroll. Ist das wirklich eine gute Idee? Mal ehrlich, seht euch das Ding an. Okay, das ist seltsam. Die haben einen Fabrikator hier gelassen. Ich frage mich, ob er funktioniert. Erledigt. Na also, wir sind wieder im Spiel. Klasse, wir haben das Licht eingeschaltet. Aber warum startet der Motor nicht? Gute Frage. Wahrscheinlich kein Benzin mehr. Wir könnten auf den Reserve-Tank wechseln. Okay, wo machen wir das? Gleich da drüben auf der unteren Brücke. Ich kümmere mich drum. Ich bleibe hier, um ihn dann anzuwerfen. Okay, alles klar. Du kannst starten. Wird schon schief gehen. Und los! Ab nach unten. Dir ist schon klar, dass wir in einen riesigen Schwarmstock voller Monster fahren, oder? Neu. Ich gebe zu, dass ich das in der Aufregung ganz vergessen habe. Abziehen! Wo wir gerade bei Monstern sind. Wir haben einen Fabrikator, oder? Dann lasst uns das Steuerungsdeck verbarrikadieren. Wir können es gut verteidigen und... Ja, geht klar. Gut verteidigen reicht mir schon. Okay, Schutz. Mann, was auch passiert. Wir werden hier auf der Plattform den Arsch zukneifen. Den Arsch was? Zukneifen. Tut mir leid. Sagt man so beim Militär. Okay, und was heißt das? Dass das eine suboptimale Situation mit zu wenig Ausrüstung ist. Na, also eigentlich alles wie immer. Ja, so ziemlich. Das andere auf die andere Seite. Dann können die sich gegenseitig safen. Erstmal. So. Ein bisschen Draht. Sorry. Ah. So. Nach Geld, ne? Und? Äh, wann geht's los? Leute, hört ihr das? Was zum Teufel geht hier vor? Verdammt! Diese scheiß Ranken! Sie haben sich in den Zahnrädern verfangen! Wir werden geentert! Gott verdammt! Wir müssen dieses Deck halten! Linke Seite! Da kommen sie! Ah, wir rocken die Zahnräder. Hier drüben! Hier drüben! Helft mir! Darf erledigt! Darf sie! Hab ne Larve! Ich hab hier ein Problem! Perfekt! Oh nein! Wir laufen! Wie funktioniert Australien? Die schützen sich gegen Seishi, Geschützer und... Keine Gruppe, ne? Keine gute Idee! Oh Mist! Noch mehr Larven! Rechte Seite! Da kommen sie! Und du bist raus! Machst auf die linke Seite auf! Ich zieh die Lübsen. Sonderlich! Sie umzingeln uns! Dann lasst uns mehr Befestigungen bauen, damit es für die so... ...suboptimal wie möglich wird. Wow! Wenn du weiter so quatschst, macht dich Jin glatt zum zweiten Lieutenant! Ach wirklich? Ich knall mich lieber selbst ab! Hey! So wie es gerade läuft, geht dein Wunsch vielleicht in Erfüllung. Okay, wir haben noch... Ein bisschen weiter hier rüber... Nee, da hat er ja nur noch das Fenster umgelegt, das ist scheiße. Okay... Dann den... Gut, mehr geht nicht. Sie entern uns wieder! Sie kommen von rechts! Und jetzt auch noch Drohnen! Ja, das ist ja auch noch das Fenster umgelegt! Scheiße, geh her! Ah, die waren da schon, die Drohnen. Ach, Drohnen soll ich geschützt werden. Alter, was gehen da jetzt? Da muss ich mich mal nehmen. Ich hab gerade einer mit einem Knatterriss gerückt. Juh! Passt auf die Drohnen auf! Sie haben Arkon-Bögen! Ich hab keine Speziele erwischt! So, wir sind noch nicht fertig, huh? Fuck! Ich bin mit deiner Bumse in die andere Richtung! Ach! Ach, wer kommt mein Ex-Freund? Ja, das ist nicht! Oh! Nee, dran, da ist kein Grund! Nee, da krieg ich da kurz! Er ist tot! Eine Drohne! Okay, wirkt so, als hätten wir ins Vespennest gestochen. Nein, eher gestochen! Damit schon Liad und es uns dann als Hut aufgesetzt! Klingt, als kämen noch mehr von denen! Wir brauchen Befestigungen! Geh mal... Geh mal weg da! Ach, Mann ey! Ach, Mann ey! So, wie steht die jetzt? Okay. Los, an den Fabrikator! Ahrenbogen! Guck mal, ich würde mitnehmen! Nee, kann ich gut gebrauchen! Muni! Oh! Hey, warum halten wir an? Tell, was ist los? Verdammt, diese scheiß Rampen! Sie haben den Motor überhitzen lassen! Sie haben immer noch nicht genug! Okay, ihr wisst, was zu tun ist! Das holen wir! Der Schwarm! Der Schwarm! Von links! Alter, sechs Geschütze, Minions! Leute! Oh nein! Mehr lang! Sechs Geschütze! Das ist doch bald mal das höchste der Gefühle! Ich brauche Hilfe! 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 Das können wir nebendran stellen! Achtung! Weitere Drohnen! Gut! Dann haben wir nochmal in der Mitte ein bisschen Feuerkraft! Schluss! Ich brauche Hilfe! Ab tengo defencadım Hughícia von Kena! 1 bis 2,2 bis 3,2 bis 3,2 bis 3,2 bis 4,3 bis 1! Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Die Schütze. Zehn Künstler sind schon. Das war kinder cool, die haben noch sexuelles. 1.8, 1.8, okay, so ist das eine, gibt beiden Gas auf. Wir sitzen hier fest, schaltet die Jäger aus. Wir sind umzängelt. Die Schütze. 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 Okay, jetzt müssen wir das Kühlsystem hochfahren. Und ich wette, mit den großen Rädern dort an der Wand schaffen wir das? Endlich macht sich die ganze Mechanik-Paukerei mal bezahlt. Rüber zum anderen Ventil! Brauche Hilfe! Jetzt macht die Kühlflüssigkeit den Rest. Gut, sie bewegt sich wieder. Ah, äh, hast du das gehört? Offenbar sind wir noch nicht fertig, dann mal los! Ach du Scheiße, da sind die Trainer! Carlos on Tour. Was soll die denn da reinbringen? Scheiße, da kommen noch mehr Laten! Ach, die Plattform beschleunigt ganz schön! Ja, was zum Geier geht davor! Was soll ich hinkriegen, wenn ich nicht weiß, was los ist? Oh, Scheiße! Was war das jetzt? Ich weiß es nicht, aber das Ding ist scheiße! Zack! Scheiße, wir stürzen ab! Was ist mit der Notbremse? Wo? Andere Seite der Plattform, los, los! Ich bin jetzt nicht dran! Ich brauche keine Zeit! Da wofür haben wir keine Zeit! Das ist doch schon sehr gut! Ich bin fast abgelaufen! Das war ein Schuss in den Ofen. Wir werden alle sterben, oder? Wir sterben auf jeden Fall. Haltet euch fest! Hey, die Bremsen greifen wieder. Die funktionieren doch? Nach all dem? Unfassbar. Hey, Roger? Ich glaub, das war's. Oh, Scheiße! Wollte grad sagen, wir sind fast unten. Jetzt sind wir unten. Sind alle noch heil? Also mein Kopf ist noch dran. Soll mir reichen. Dann suchen wir meinen Dad. Und dann sind wir die Halt von der Zeit. Könner auf den Film. Und dann ist das, das weiß ich noch ein bisschen. Und dann ist es, das ist es, das war's. Und dann ist das, das ist es, das ist, das ist, das ist. Und dann ist es, das ist, das ist das. Und dann ist das, das ist, das ist das, das ist das. Und dann ist das, das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020